hey leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video es ist nicht irgendein video leute ich verlos oh mein gott ich verlos den titanweißen fenneck der geht dann ein von euch raus und zwar ich weiß nicht wer alles von euch gestern das spiel frankreich gegen die schweiz gesehen hat ich glaube viele werden es gesehen haben ich habe es leider gesehen und ich habe eine sehr sehr dumme entscheidung da getroffen und zwar gehen wir einfach mal auf meinem insta account gehen wir auf meinem insta account ja ich habe und zwar habe ich eine story gemacht und zwar habe ich eine story gemacht ich muss ganz kurz und zwar habe ich eine story gemacht hört ihr euch einfach an hört ihr euch einfach an ganz ehrlich wenn schweiz das ding gewinnt verlose ich morgen was weiß ich einen titanweißen fenneck oder so jetzt mal no joke wenn schweiz es gewinnt morgen titanweißen fenneck verlosung oder irgendwie ja freunde herzlich willkommen zu einer fucking titanweißen fenneck verlosung das einzige was ihr machen müsst ist um dieses gute kärchen hier zu gewinnen es geht er jungs glaubt gar nicht das war das erste auto was ich mir je was das erste teure auto was ich mir gekauft habe das ist ihr glaubt gar nicht wie viel mir an diesem auto hängt aber es ist egal wett schulden sind ehren schulden ich hätte im leben im leben nicht damit gedacht dass die schweiz das ding wirklich gewinnt ich habe es auch so gesagt und am ende gewinnt ist die schweiz wirklich im alfmeter schießen bruder mbappé ich sagte ehrlich hätte ihn besser geschossen aber hier darum geht es nicht es geht um dieses gute stück natürlich sind die räder und die lackierung alles nicht dabei aber es geht um diesen titan weißen fenneck jungs ich glaube dass von vielen ein traumauto die sich den nicht in shop kaufen konnten und nicht so viel kredits haben leute ich kann es wirklich jeden ich könnte es am liebsten jemand der der nicht in das game reinpayen darf oder so oder ja keine ahnung lost im traden ist dem gönne ich das einfach weil dann gönne ich ihm die 3000 kredits sowas muss alles machen teilzunehmen ganz ganz einfach es ist genauso wie immer bei den gewinnspielen in den livestreams das einzige was ihr machen müsst ist ein aber auch im kanal da lassen ist ganz ganz wichtig ganz wirklich super 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 wichtig wenn ihr nicht abonniert habt ich werde am random kommen picker nehmen und wenn ich abonniert habt dann werdet ihr da nicht gefunden ganz wichtig also aber auf dem kanal da lassen like unter dem video da lassen glocke aktivieren und ganz ganz wichtig irgendein kommentar schreiben warum gerade du diesen fenneck gewinnen solltest und dahinter noch dein epic am besten hinschreiben das problem ist das ganze ist wieder nur für pc spieler das heißt am besten habt ihr irgendeinen kumpel irgendjemanden wenn ihr das ding holen wollt am besten habt ihr irgendjemand dem ihr das dann holen wollt man schreibt da einfach aber den epic rein für den der es gewinnen soll ihr müsst ihr könnt ja auch für ein kumpel oder für wen auch immer teilnehmen hauptsache in nehmt teil ganz 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 wichtig einfach super gerne abo da lassen und ganz wichtig folgt mir doch auf instagram auf instagram ohne instagram wäre dieses giveaway jetzt hier nicht möglich deswegen schaut da unbedingt immer meine stories dann seht seid ihr immer auf dem neuesten stand wenn neu ist ein neuer stream kommt allgemein ihr seid immer auf dem neuesten stand leute folgt mir einfach auf instagram ist super 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 wichtig und ja sonst war es das wenn ihr noch irgendwelche fragen habt ich glaube aber eigentlich gibt es keine fragen ich bin ich bin ein bisschen mad dass frankreich so mies gechokt hat hoffen wir dass deutschland heute besser spielt ich sage by the way 2 zu 1 für deutschland das wird's und das war's mit dem video heute kommt natürlich noch ein ganz entspannter livestream und ich hoffe da seid ihr alle am start ich würde sagen ich hoffe ihr wisst alles wenn irgendwas noch unklar ist schreibt es in die kommentare ich werde es dann versuchen zu beantworten und dann würde ich sagen freunde war es das jetzt auch schon mit dem kurzen knackigen video also kanal abonnieren like auf dem stream dann lassen die glocke aktivieren und einen kommentar schreiben und mir auf insta folgen klar sind jetzt ein paar sachen aber ich sage euch das dauert maximal eine minute und dann habt ihr einfach die chance einen titanweißen fan zu gewinnen ja Leute ich würde sagen danke fürs einschalten wir sehen uns später im stream und ja haut rein und ciao ciao